da bin ich wieder so schuldigung für die kleine pause aber hast ja wahrscheinlich nicht gemerkt weil ich ja gar nicht aufgenommen habe in der zeit muss also nicht warten das doch auch zuvorkommen von mir oder so aber nun genug quatsch jetzt machen wir mal weiter also ich auch mit quatschen so ist schon dunkel geworden mittlerweile dann gehen wir natürlich in spätchen und schlafen ja so ja ich hätte auf alle fälle lust paar tiere zu fangen aber das müsste eigentlich auch mal hier fertiggestellt werden aber ich bin da heute so faul ehrlich ich bin echt faul heute ja hier entschuldigung aber es bringt auch nichts wenn ich jetzt einfach so baue und eigentlich gar keinen bock habe hier zu bauen weißt du dann wird das alles auch gar nicht so schön ja das muss man ja auch irgendwie mal zugestehen dass das hier so er dann immer mal vor selber auch mit so warte mal aber hier diese rucksack da haben wir noch so einiges hier ist auch von soundcraft die ganzen sachen ja viel zu viel krams mit ja weißt du oder ich tue diese rucksack einfachst mal weg ich bin heute echt tut mir leid bin heute echt faul gebe ich ja echt gerne zu gebe ich schon mal zu aber was haben wir hier in dem grünen grünen rucksack ja der ist auch recht voll ne tun wir auch mal schnell weg auch hier ist auch nirgendwo mehr platz weil dann tun wir die rucksäcke woanders hin kommen wir tun die nach unten ja tun die nach unten dann sieht die keiner vielleicht jetzt mal hier rein tun kann ich natürlich nicht ne nein muss schon sagen dann tue mich die denn mal hin apropos ja ich kann die ja oben hin tun das ist ja quatsch weil unten kommt der hammer nämlich hin weißt du unten gehört der hammer hin denn unten ist der hammer so so nee das war mein großer ok denn hier habe ich ja nicht so viele sachen drin können wir sogar kann ich damit echt so fische fangen ich wäre wahnsinn oder wir haben ja noch so ein zauberenchantment buch also werkbank könnte ich eigentlich auch mal mitnehmen hier hin tun zumindest so wann war das tun wir da mit rein wo tun wir das mal ein bisschen schaden den buch das tun wir mal eh auch in die werkstatt erst einmal kann ich das wenigstens hier rein tun das geht auch nicht ne ich ja verstehe das nicht verstehe es nicht ja jetzt können wir ja gut ähm tun wir das da rein so so den apfel können wir auch essen oder näher können wir jetzt gerade nicht genau den hammer den wollte ich dahin tun so achse selber mitten im ohr und das muss ich auch mal hier diese skies die müsste ich auch noch mal irgendwann reparieren oder neu machen aber noch muss hält sie noch eine weile eine weile erhält sie noch genau ich wollte ziehen diese richtung so so ach schön hier ja oh guck mal jetzt sind ja auch die bäume hier gewachsen sehr schön habe ich vorher noch gar nicht so richtig wahrgenommen was ist das nochmal für ein mekua mekua boot ist das hier weißes holz eventuell das sieht schon cool aus oder dieser baum ich glaube das könnten wir dann auch nehmen anstatt hier dieses maragoni holz vielleicht für die schöne weiße küche ich weiß nicht genau wie weiß die dann ist aber müsste eigentlich auch schön weiß sein so ne das war schon mal schön sehr sehr schön ja gut dann gucken wir mal nach tieren weiß auch nicht warum wir uns dann hier nicht so viele tiere sind weil ich meine weiß ich gar nicht mehr genau aber haben wir habe ich die mod ich glaube schon ne ich glaube ich ist das hier eigentlich flowers das hier okay das sind für flowers okay was wollte ich sagen ähm warte 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 erstmal auf dem aktor schauen bevor ich irgendwo hinlaufe da sind wir und ich müsste eher weiter rechts glaube ich hier so genau in diese richtung ich meine hier mit der more creatures mod dass ich die zu spät darauf gemacht habe glaube ich meine die habe ich vorher drauf gehabt ich habe die glaube ich vorher schon drauf gehabt aber naja naja warte mal ich bin ja noch im peaceful mach ich mal wieder auf normal das ist so okay dann laufen wir mal hier so am wasser lang hätte mir eigentlich auch mal ein boot machen können ja könnte man hier auch durchs wasser fahren aber wir können auch hier so weiter laufen aber wo kommen wir denn darauf zu warte mal ach so die samenbank ja schuldigung aber das ist nicht falsch verstehen da sind halt so verschieden von verschiedenen gemüsesorten natürlich die samen weiß gar nicht könnten wir ja nicht auch mal vorbei dann könnte ich hier nämlich jetzt auch schon mal mitnehmen ach schöne was das hier ups natürlich baue ich naja sehr schön genau so wollte ich das haben auch ganz nackt vom letzten mal noch so lange nicht mehr hier dass es nicht nachgewachsen ist oder was ist los ja willst du raus dann musst du schon höher springen ich kann dich leider nicht tragen oder warte mal könnte jedoch können wir direkt mal ausprobieren können wir damit ein schaf auffangen ja mit rechter maustür gut wir haben ein schaf gefangen so wie es ist jetzt können wir auch tiere aus der not befreien so sind wir aber ich könnte trotzdem mal scharf mitnehmen voll gemein so ein schaf eingesperrt in so einen pokeball quasi aber ihr kennt ja kennt ja eigentlich eine die bezauber eine bezaubernde genie mit mechahili und so der die auch eine ganz kleine flasche und war aber es war aber sehr geräumig da drin für sie also sie war nicht eingequetscht und so und so ähnlich ist wahrscheinlich aus dem pokeball funktioniert wie so eine mehr oder weniger wie so eine wunderlampe wenn du dran reibst kommt halt jetzt in dem fall ein schaf raus anstatt ein genie genie ich weiß gar nicht wir könnten auch mal jetzt machen wir vielleicht mal extra oder oder ja schön ist die jetzt nicht unbedingt aber mal ein paar blumen sammeln kann ja auch nicht schaden können wir ja auch mal ein paar mitnehmen wir müssen ja nicht alle mitnehmen so ein bisschen weiter in diese richtung genau alter alter schwiedel aber ähm schwein nehme ich jetzt nicht mit weil wir wollen ja keine tiere töten das würde sich ja nur lohnen wenn wir auch eine schweine zucht betreiben damit wir halt fleisch haben aber ich versuche ja natürlich auf fleisch in diesem spiel hier zu verzichten sondern nur tiere die auf versehen gestorben sind oder eine altersschwäche oder so ja nur diese tiere von dessen fleisch weißt du nehm ich da nur ähm so müssen wir eigentlich bald naja fast bald da rein und die sind auch schön hier diese pflanzen hier nehmen wir mal mit ja ist voll männlich ja coole pflanze ja ja so ach hier seerosen sind auch hübsch oder bleibt das denn so dass die da so eine blüte haben oder werden die dann nur grün ohne diese blüte so oh ist ja dunkel ich glaube wir sollten gucken dass ich da irgendwo ähm so mich eingrabe denn wir haben ja jetzt nicht mehr auf peaceful schnell eine gute stelle zu finden wo wir mal übernächtigen könnten das sieht doch gut aus hier ne graben wir uns mal hier so rein oh da höre ich ja schon was das ist ja was ist denn das na ich sehe gleich jetzt hier was kommt so dann machen wir noch den hier und den hier ah natürlich habe ich die fackel erwischt wie soll es anders sein wie soll es anders sein oh hier geht es schon wieder raus glaube ich ist so ein kleiner hügel hier so dann stellen wir mal das bettchen auf so eine gute nacht so sollten wir was essen jetzt denn wir haben wieder hunger so dann gehen wir mal hier raus und es ist schön hell und da nehmen wir gleich mal mit die bunge warte mal habe ich denn hier noch irgendwas bringt mir das hier überhaupt was was wenn ich das jetzt trinke kann ich jetzt ich kann das gar nicht benutzen warum ach so das brauchen wir wahrscheinlich für rezepte wahrscheinlich na gut ich dachte das wären auch getränke die man na gut und das hier noch das glas brauche ich jetzt nicht das können wir wegschmeißen so ja entschuldigung wegen der umweltverschmutzung aber es ist glas das ist nicht so schlimm so jetzt nochmal wieder orientieren hier habe ich noch einen richtigen dampfer ich könnte auch mal dschungelholz mitnehmen oder was ist das denn hier für ein geräusch das könnten ja Zustände habe ich das eingesammelt oder das geht glaube ich nur mit Schere die kann ich glaube ich nur mit Schere mitnehmen ich habe keine Schere jetzt dabei meine ich zumindest habe ich hier zufällig eine Schere dabei hm ja es sieht nicht so aus aber hier Chidi falls ich doch mal wieder Hunger haben sollte nehme ich mal das nach unten Bären habe ich hier auch noch ah eine Fancy Lantern ok und dieser Band ist auch ganz nett ähm muss ich hier da lagen ne ähm muss ich hier da lagen ne ja dschungel mag ich überhaupt nicht auch nicht wirklich dschungel bedeutet entweder der sichere Tod oder du verläufst dich an also alles geht ja eigentlich ja und ist sehr laut aber ist schon sehr hinterher ich denke Nichts hinterhältigeres als im Dschungel. Vor allem kann sich nicht orientieren. Sie ist nur grün. Alles grün. Grün vor sich hin. Ah, warte mal. Da ist doch das. Da ist es doch. Die Samenbank. Haben wir sie doch. Oder? Ne, das ist was anderes, glaube ich. Das ist was anderes. Das ist ein Tempel. Das wär schon das. Okay. Wo ist da denn der Eingang? Hm, wo geht's hier rein? Bitte geh rein. Na gut. Probieren wir es mal hier mit. Ah, hier wäre der Eingang gewesen. Der ist schon zugewachsen. Hier ist nämlich die Treppe. Na ja. Gucken wir später mal, wie wir da rauskommen. So. Wir haben nämlich die Hebel. Das sind halt... Original... ...Minecraft-Tempel-Anlagen hier. Ah! Das war nicht so schlau. So. Ich bin echt vorsichtig. Ach du Scheiße. Okay. Jetzt sind die Fallen. Oh. gold jetzt habe ich hier was lassen wir hier was haben wir hier salix dass ich mal hier brauche ich auch nicht rotfleisch satte nehmen wir mal mit kommt es noch brauchen wir nicht gold nehmen natürlich auch mal mit und was lasse ich denn mal noch hier abkommen diese lassen wir auch hier nehmen wir das es gab hier nur eine truhe oder ich glaube mehr gab es hier nicht so gehen wir nach oben wieder raus wo wir reingekommen sind das am besten glaube ich so wo ist denn jetzt die Samenbank wir sollten doch eigentlich ziemlich nahe sein da in diese richtung ich dachte er stürzt schon ab hier und hier könnte man auch abstürzen wo ist denn das muss doch eigentlich hier muss doch eigentlich bald da sein das ist überhaupt eigentlich immer was für pflanzen eine dragon fruit oder so kann ich auch schon gar nicht mitnehmen so da lang so warte mal wenn wir schon mal hier sind nehme ich mal ein zweites schaf mal mit schaf bleibt hier ich glaube das schaf das möchte nicht scheint sich von mir entfernen zu wollen na dann hier ist auch noch eins nehmen wir doch das weißt du dann lasse ich diese komischen pflanzen jetzt hier finden wir bestimmt nochmal naja ähm da es wird grad schon wieder dunkel aber vielleicht schaffen wir es noch rechtzeitig da jetzt hin das ist ja schon lange her wo wir hier gewesen sind das letzte mal da waren wir noch auf dem weg zu unserem da haben wir noch gar nicht gebaut da waren wir noch auf der suche nach einem guten plätzchen ach hier scheint die stelle zu sein die ich oder das hier ist wo ich zugebaut habe ich glaube ja hm 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 ah hier da sind wir doch alter schwede was haben wir denn hier alles alles mögliche ich glaube da muss ich echt einiges mal in den rucksack schmeißen hier warte mal sooo genau den brauchen wir jetzt auch nicht mehr das tun wir alles hier alles was wir jetzt nicht wirklich brauchen schmeiß ich einfach mal rein oh oh mein magen sooo da esse ich erstmal ein bisschen oh es ist gerade dunkel ne ich sollte ich sollte mich vorsehen bevor hier noch was runter kommt oh man man ist das natürlich auch nicht gerade sehr gut jetzt sooo nur schnell was essen sooo da sind wir endlich mal gesättigt so aber die ganzen sachen werde ich jetzt mir nochmal mitnehmen so also es sind ja auch einige doppelt und so ne boah alter schwede so muss ich mir gleich mal in ruhe mal anschauen was wir da alles haben wir haben alles mögliche ich glaube da können wir ein schönes feld jetzt bauen ja das wird noch richtig schön werden denke ich bei unserem haus mit den wenn wir noch felder machen mushroom brauchen wir eigentlich gar nicht so so haben wir alles ne sehr schön so dann stellen wir nochmal schnell das bett auf und legen und schlafen so liebe kinder nun werde ich hier diese aufnahme wenden weil ich bin heute echt irgendwie gar nicht so richtig motiviert ich weiß auch nicht schlecht geschlafen oder so ich weiß es nicht naja es tut mir leid hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen nächstes mal wird es wieder besser ich verspreche es dir dann machen wir auch mehr dann werde ich ein bisschen kreativer wieder sein so immerhin haben wir jetzt mal zwei schafe gefangen und dann könnten wir eine kleine schafstucht machen und dann haben wir auch ein paar samen ne und mit den samen können wir uns ein paar sachen anpflanzen und das wird dann schon alles werden ne also es hat noch einiges vor in nächster zeit hier und ich hoffe du bist auch mit dabei also bis zum nächsten mal hau rein und bleib anständig bis denn ciao mit v ciao 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 ciao